ARD Text im Auftrag des ZDF Maggie kommt noch ... ja auch gleich Maggie hat geschrieben, wir sollen das mal machen und dann ... kommt ja schon Ich hoffe, es war nur ein neues Auto. Mein ist schon ein bisschen verweiter. Was ist das? Das war's für heute. 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 Das ist noch besser. Na, Polizei. Okay, dann werde ich gleich. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wir gehen gleich mal hin. Okay, gut. Wir sind gleich da. Wie geht's euch denn? Einmal frei. Und euch? Alles super. Ja, alles super. Und wie geht's denn deiner Kinder, Tom? Die geht's ganz gut. Die ist hier gerade wach geworden und deswegen kann ich ja nur gerade ein bisschen quasseln. Das ist okay. Na, eigentlich, dass ich dich mal wieder höre, ja. Ja, sonst ist es ja immer schlecht, weil sie immer sehr viel geschlafen hat. Die Zeit, so, ich steig jetzt ein. Ja. Und dann kannst du loslegen. Jetzt, 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 jetzt. Super. Gut. Ich wollte noch fragen, was spielt ihr noch aus Assassin's Creed? Titanfall spielen wir und Minecraft und Formel 1 15. Titanfall 2 habe ich, wenn ihr wollt, können wir das mal zu zweit zocken, gell? Juh. Hatten wir ja sonst noch nie zu zweit. Hatten wir ja sonst noch nie zu zweit. Ja, und noch etwas. Ich wollte noch was sagen, gell? Ich habe schon Destiny 2 bestellt. Und 110 Euro, das letzte Paket. Das ist fett. Aber das sollte aber viel, äh, noch hammerer sein als der erste. Aha. Weil das, das Gameplay habe ich gesehen, das ist heftig. Das ist halt fettig. Ah ja. Äh, Pelo und Tom. Mein Schatz hat gestern Geburtsdach gehabt. 40er geworden ist worden. Ja, ich habe ja schon gratuliert. Ich habe ja, da müsste er meine Nachricht gekriegt haben. Achso, da muss ich ja noch sagen. Alles gute Nacht, tricke ich von mir. Ach, zurück. Willi. Dann sagt es Danke. Habt ihr schön gefeiert gestern? Na ja, ohne Geld, was... Äh, wir... Äh, ja gut, das ist schlecht, ja. Ja, weil... Weil... Mein Schatz will ja schon etwas Alkoholisches dazu zum Anstoßen und geordnet uns das und das haben wir halt nicht kaputt. Ja, das ist natürlich Pesch. Das ist nicht schön. Ja, schon. Ich bin froh, dass ich mit euch in einer Gruppe bin. Jo, ich habe letztens schon gehört von Dennis, dass er uns vorgeschlagen hat, mal so ein Tuning-Treffen machen. Das... Ja, genau so richtig. Soll es auch so sein. Wollen wir das mal machen, dennächst? Oder mal so eine kleine Flugzeugquatsch? Ne Autos-Challenge oder sowas mal machen, irgendwann mal. Ich steig bei dir ein. Äh, wir suchen mal jetzt eher am Wochenende, der B.A. oder sowas. Ja, ja. Wo keiner an Stress hat, wen georbitant ist, sowas. Jo. Wollen wir es schön auf einem großen Flugplatz oder so? Ja, können wir machen. Oder so eine Polizei-Verbrecher-Jacht. Hör mal, äh, du, ich bin für alles, für alles zu haben. Das ist super, weil ein Gefängnis-Bus habe ich nämlich. Ja, da fühlst du kauft, ja. Ein Gefängnis-Bus habe ich mir nämlich gekauft. Ein Gefängnis-Bus hat er nämlich. Cool. Da fühlst du kauft, um Spaß zu haben. Genau, wenn immer so was ist, dann habe ich mir gekauft. Ja. Na ja, wir können die auch einmal so machen, ja, dass man mit der Walküre mal richtig in die Luft und dann einfach nur so zum Spaß mal dumm ballern, die Autos wegschießen. Ich habe leider keine. Aber ich habe eine. Ja, schön, toll, ihr Glückspilze. Na warte, ich gebe euch die Walküre, wenn ihr wollt, ich gebe das. Schön, toll. Ja, ich kann es doch bestellen, kein Ding, so. Ja, aber dann hast du keine. Äh, ich meine, jetzt, jetzt meine ich, wenn du es kannst, kannst du nicht abgeben. Ach so, nee, jetzt, jetzt brauchst du nicht. So, ich steig mal kurz aus. Dann kann ich nämlich das Auto mir das schnappen. Du kannst wieder hoch. Nein, nicht schießen! Oh, toll. Entschuldigung. Nicht schießen! Deswegen, deswegen fährt er auch. Jetzt brauch ich ein Auto. Dankeschön. Deswegen ist er klar, jetzt haut er ab. Oh je, es sind drei Stück noch da wieder. Ich bin der in der grünen Schleuder. Ja, habe ich gemerkt. Ja? Es sind drei Stück wieder drin. Ah ja, die müssen wir mal... Ja, ich sehe schon. Na, wenn sie keinen Blödsinn machen, dann können sie ja bleiben. Wenn nicht, schmeißen wir sie raus. Mehr eh. Man, müsste... Kleine hat aber schon den anderen erledigt. Also, es wird nicht lang dauern, bis er uns dann erledigen will. Gut, ne, dann fangen wir schon mal an. Dann nehmen wir erstmal mit den... Den 68er machen zuerst. So, den habe ich raus. Geschickt, den 68er habe ich jetzt eine geschickt. Okay. Welchen soll ich schicken? Den... Den mit der 68. Den... 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 Keine Ahnung, wie der heißt der. Mein 8er hast du du gerade geschickt, oder? Ja, den habe ich gerade. So, ich schnappe ihn mir, brauchst du nicht aussteigen. Ja, ne, ich nehme den 12er... Jo. Ich habe ihn schon einer geschickt. Super. Irgendeiner zerlöckert hier das Auto. Ja, der hinter dir. Aber wenn es spielt, ich... Warte. Ich werde einfach den... Buser von Pegasus bestellen. Und bringe ihn einfach dorthin. Ich werde also nicht. Bello und Ton, ich setze mich dann nachher in der Luft, gell? Jupp, jupp. Jupp, 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 jupp. Genau wie Meiji immer. Das hat mir gefehlt. Ja, he, he, he. Meiji hat das auch immer gemacht. Und ich habe auch sehr, sehr viele neue Stunstrecken gemacht und Deadmatches. Habt ihr schon mal Deadmatch gespielt mit Autoregen? Nein, haben wir nicht, aber wir können auch mal das machen. Kein Ding. Aber machen wir es erst mal in die Lagerhäuser rein. Genau, machen wir alles locker und flockig. Genau, ganz flockig. Flockig die flock, flock. Ja. Aha. Ich habe immer noch die Trockenpupser hinter mir. Hier auf dem Hof steht ein Flugzeug von mir. Oder von irgendeinem. Die Valkyrie. Ich habe euch die zwei Gegner hinter euch erledigt, gell? Ja, dat ist voll nettig. Was ist voll nervig? Voll nettig. Ja, keine Ursache. Du, ich bin's hier nur, weil, weil, das ist das Mindeste, was ich bei euch sagen kann. Da? Genau. Was? Was?